Jonas Kurz. Wie alt bist du? 18 Jahre. Auf welcher Position spielst du? Der 6. Was waren deine bisherigen Vereine? Der TSV Mutlang, der 1. FC Namanek Münd und der SSV Ulm. Wer ist dein Vorbild? N'Golo Kante. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA? Äh, FFB Stuttgart. Was sind deine persönlichen Ziele? Mich weiterzuentwickeln und Profi zu werden. Was sind die Ziele mit der Mannschaft? Aufstieg.